Hallo ihr Lieben, bald ist ja Dezember und die Adventszeit geht los und ich freue mich schon so, weil ich bin voll der Weihnachtsmensch und ich habe auch schon die ersten Weihnachtslieder gehört und ja, es ist so schön, ich freue mich voll und ich habe auch einen Adventskalender, da freue ich mich auch total drauf, so ein altmodisch mit Schokolade, aber der ist total schön. Ich habe mir ihn selber gekauft dieses Jahr und ich freue mich total auf Weihnachten, es wird bestimmt total super und auch für euch habe ich was für die Adventszeit und zwar mache ich mit elf anderen YouTube-Mädels einen Adventskalender, da kommt eben jeden Tag auf einem anderen Kanal ein Video online und ich verlinke euch auf jeden Fall mal alle, die mitmachen, unten in der Infobox und genau, sage euch auch, wo es bei Tag 1 losgeht, wo es am Tag 1 losgeht, am 1. Dezember, damit ihr auch direkt wisst, wo ihr zuerst gucken müsst und dann wird es eben so sein, dass jeder in seinem Video den Nachfolgenden dann auch verlinkt und erwähnt und genau, da kann natürlich nichts schief gehen und ich kann euch sagen, ich, also ich kann euch ja schon mal sagen, welche Tage ich habe. Ich habe den 6.12. Nikolaus und den 24. Heiligabend und was ist mit Nikolaus und Heiligabend? Man bekommt Geschenke, also hoffentlich bekommt man Geschenke und ich möchte euch gerne auch was schenken, deswegen werde ich an den beiden Tagen etwas verlosen, was ja netterweise vom Reitsport Windpferd gesponsert wurde. Hier an der Stelle nochmal danke und genau, ich hoffe, ihr freut euch drauf, weil ich freue mich riesig. Ich glaube, ich habe einmal was verlost bis jetzt und bin total gespannt, wer gewinnen wird und ob ihr euch freut und also ich würde mich mega freuen über die Sachen. Ähm, die sind richtig cool und ich habe auch das eine, habe ich selber, kann ich wirklich sagen, es ist top. Ähm, genau, das war es erstmal so. Ich wollte euch einfach nur schon mal sagen, dass es einen Adventskalender gibt hier auf YouTube, mit wem der Adventskalender gemacht wird, könnt ihr wie gesagt unten in der Infobox nachlesen und streicht euch schon mal den Nikolaustag und den Heiligabend im Kalender an, denn da gibt es eine Verlosung für euch. Seid gespannt und guckt auf jeden Fall bei uns rein. Ciao!